Hallo Party People, DJ Antoine, das bin ich und jetzt rocken wir noch mehr. Ich danke euch ganz herzlich für Best Nomination als Swiss Act bei MTV Awards 2012. Und jetzt geht es in die internationale, worldwide Kampagne, nämlich jetzt könnt ihr nochmal voten. Bis am 9. November, nicht verpassen, für DJ Antoine mich zu voten, dann werden wir noch größer, noch bigger, noch cooler. Ich danke euch und ich liebe euch. DJ Antoine, jetzt voten.